Hallo! In diesem kurzen Video zeige ich dir, wie du deine bestehenden Eintrittskartennummern importieren kannst. Mit dem Event Ticket with Ticket Scanner Plugin für WooCommerce kannst du Ticketnummern importieren und diese auch für deine Ticketverkäufe nutzen. Das ist ganz einfach. Als erstes legen wir eine neue Liste an. Du kannst auch gerne eine bestehende nutzen. Danach klicken wir auf den Button Add, um den Ticketgenerator aufzurufen. Hier könnten wir auch Ticketnummern vorab generieren. Diesen Schritt überspringen wir und gehen direkt zur Eingabemaske der Tickets. Ich habe schon ein paar vorbereitet und füge diese direkt unten ein. Du kannst auch neue generieren und mit deiner Eingabe ergänzen. Dann noch die Liste auswählen. Das Ablaufdatum ist ein Premium Feature und wird hier nicht benötigt, da ich dem Ticket, also dem WooCommerce-Produkt, ein Enddatum geben werde. Nun nur noch die Ticketnummern importieren. Jede Nummer wird geprüft und importiert. Wenn eine Nummer schon vorhanden ist, wird diese nicht wieder importiert. Wir erhalten für diese Ticketnummer einen Hinweis. So, fertig mit dem Import. Nun schalten wir die Option aktiv, damit auch die ungenutzten Tickets verwendet werden. Als letztes müssen wir dem Produkt nur noch unsere Liste zuweisen. Fertig. Und dann noch immer derieza laissez einigen院. Jetzt sollte es nachahne mit dem Lauten bein Prayer sein. Und zwar auf alle Éer Zion. cooks und das même alles davon auswählen. Wirουμε damit 실행. Undoci Dema develops an knapp하게. Dez zeit Aufwählen. Weil dieu Bohren ist ein demais. Der Kommiere jetzt vielleicht war.